Florian Silbereisen und Beatrice Egli haben es erneut geschafft, die Herzen ihrer Fans zu erobern und für Gesprächsstoff zu sorgen. In einer bewährenden öffentlichen Liebeserklärung zeigte Florian Silbereisen seine tiefe Zuneigung zu Beatrice Egli und ließ keinen Zweifel daran, wie stark ihre Bindung ist. Die Schlagersängerin und der charismatische Entertainer sind seit einiger Zeit ein Paar, doch nun bringen sie ihre Liebe auf eine ganz neue Ebene, die alle Neider verstummen lässt. Bei einem exklusiven Konzert, das in einem romantisch dekorierten Theater stattfand, nutzte Florian die Gelegenheit, um seine Gefühle öffentlich zu machen. Während einer emotionalen Rede vor der begeisterten Menge erzählte er von den wunderbaren Momenten, die er mit Beatrice erlebt hat und wie sehr sie sein Leben bereichert hat. Beatrice ist nicht nur eine unglaubliche Künstlerin, sondern auch ein wunderbarer Mensch, der mein Leben auf so viele Arten schöner gemacht hat, begann Florian mit strahlenden Augen. Jeden Tag, den ich mit ihr verbringen darf, ist ein Geschenk. Das Publikum lauschte gespannt, als Florian fortfuhr, unsere Liebe ist eine, die jede Herausforderung übersteht. Sie ist ehlhalber und tief, und ich bin so glücklich, dass ich Beatrice an meiner Seite habe. Diese Worte lösten tosendes Applaus und Jubelrufe aus. Die Stimmung war elektrisierend, und man konnte die Wärme und Zuneigung im Raum förmlich spüren. Florian war sichtlich gerührt von der Unterstützung des Publikums und blickte liebevoll zu Beatrice, die in der ersten Reihe saß und mit leuchtenden Augen zurücklächelte. Doch das war nicht alles. Florian hatte noch eine Überraschung in petto. In einem Moment, der wie aus einem romantischen Film schien, ging er vor Beatrice auf die Knie und holte eine kleine Schachtel aus seiner Tasche. Beatrice, du bist mein Herz und meine Seele. Du bist die Frau, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen möchte. Willst du meine Frau werden? Die Menge hielt den Atem an, als Beatrice, überwältigt von Emotionen, ein strahlendes Ja, aussprach. Das Publikum brach in tosendem Applaus aus, und es war klar, dass dies ein Moment war, der in die Geschichte eingehen würde. Die Verlobung des Paares war ein weiterer Höhepunkt in ihrer Liebesgeschichte, die bereits viele Höhen und Tiefen erlebt hat. Die beiden haben sich in der Öffentlichkeit immer wieder als starkes und unterstützendes Paar gezeigt, das allen Widrigkeiten trotzt. Ihre Liebe ist zu einem Vorbild für viele geworden, die an die Kraft der echten, bedingungslosen Liebe glauben. Florian und Beatrice haben nicht nur in ihrer Karriere, sondern auch in ihrem persönlichen Leben bewiesen, dass sie ein echtes Dreamteam sind. Nach der emotionalen Verlobung ging Florian auf die Bühne zurück und sang ein besonderes Lied, das er für diesen Anlass geschrieben hatte. Das Lied, das von der Liebe und dem gemeinsamen Weg des Paares handelt, rührte das Publikum zu Tränen. Beatrice, die sichtlich berührt war, stand auf und gesellte sich zu Florian auf die Bühne. Die beiden sangen gemeinsam den Refrain und schlossen den Song mit einem innigen Kuss ab. Es war ein Moment, der alle im Saal tief berührte und zeigte, wie stark ihre Verbindung ist. Der Abend endete mit einer grandiosen Feier, bei der Freunde, Familie und Fans gemeinsam das Glück des Paares feierten. Florian und Beatrice bedankten sich bei allen Anwesenden für ihre Unterstützung und Liebe. Wir sind so dankbar für all die Liebe und die guten Wünsche, die wir erhalten haben, sagte Beatrice. Es ist ein unglaubliches Gefühl, so viele Menschen zu haben, die uns auf unserem Weg begleiten, um uns unterstützen. Doch der Abend hatte noch eine letzte Überraschung zu bieten. In einer unerwarteten Wendung verkündeten Florian und Beatrice, dass sie bereits dabei sind, ihre Hochzeit zu planen. Wir können es kaum erwarten, unsere Liebe offiziell zu machen und vor Gott und unseren Lieben zu versprechen, ein Leben lang füreinander da zu sein, sagte Florian mit einem breiten Lächeln. Beatrice fügte hinzu, es wird eine wunderschöne Zeremonie und wir freuen uns darauf, diesen besonderen Tag mit all unseren Freunden und Familienmitgliedern zu teilen. Die Nachricht von der bevorstehenden Hochzeit sorgte für einen weiteren Sturm der Begeisterung unter den Fans. Die sozialen Medien explodierten förmlich vor Glückwünschen und freudigen Kommentaren. Es war offensichtlich, dass Florian und Beatrice nicht nur als Künstler, sondern auch als Paar tief in den Herzen ihrer Anhänger verankert sind. Ihre Liebesgeschichte ist ein Beweis dafür, dass wahre Liebe alle Hindernisse überwinden kann und dass Glück und Liebe wirklich sublimiert werden können. Mit dieser außergewöhnlichen Liebeserklärung und der Verlobung haben Florian Silbereisen und Beatrice Egli einen weiteren Meilenstein in ihrer Beziehung erreicht. Ihre Fans freuen sich nun auf die Hochzeit und all die wunderbaren Momente, die das Paar in Zukunft teilen wird. Es ist klar, dass diese beiden Seelenverwandten noch viele Jahre lang gemeinsam glücklich sein werden.